glück auf und willkommen nach langer langer zeit auch mal wieder was von mir wollt ihr auch mal was sagen ach nee warte ich kann es erst mal vorstellen wir spielen vorstellen aber ich kann echt nicht reden ja hallo was machst du ja stimmt porten ist ja ich habe mich letzten ach so erst mal vorstellen ja wir spielen league of legends ich denke mal das sollte so ziemlich jeder kennen ist ein moba wo man halt ja sieht man dann und zwar ist heute der erste april und da hat league of legends einen speziellen spielmodus aufgebracht namens wir oft das in alle abklingzeit von allen fähigkeiten die man hat und so um 80 prozent verringert wir haben vielleicht schon sieht ach so es gibt keine mana kosten so wie man vielleicht schon sieht dass wir die ganze zeit die schwere die europäische die europäische hochziehen erregt warum steht die ganze in der bild weil er teleport hat sieht man doch wer hoch und später da ist er für sich ein bilderweiter nach vorne ein bilderweiter nach hinten die prässt wäre und dann ein halber ein durchlöchern nach da hat Damit hab ich nicht gerechnet, dass du dein Flash so weißt. Guck mal, die machen alle mit. Hey, das ist unfair. Das ist die Akufaktur. Ach so geht's das. Ich hab mich schon immer gewundert. Ja, das haben wir ganzen Sperren gemacht. Das wird nichts hier unten, kannst du vergessen. Ja, gegen Katalin kann es keiner von uns. Nein, warum? Weil er sich die ganze Zeit durch die Kante teleportieren kann? Hm, ich weiß nicht. Das ist kein Grund. Das ist eine Möglichkeit, aber da bin ich mir nicht so sicher. Es fehlt einer. Schlechte Speere. Hm. Aber dafür sind's viele, das gleicht das aus. Kannst doch mit den Speeren fahren oder nicht. Ich terrorisiere ihn und dafür... Kann ich eigentlich. Aber ich möchte ihn lieber terrorisieren, dass du ihr fahren kannst. Okay. Auch wenn ich es nicht hinkriege, aber gut. Mein Gott, ich bin halbwegs super getroffen. Götter getroffen. Weißt, wenn ich mir halbwegs Mühe gebe, dann treffe ich auch. Komm, schieß! Ach man, diese kurze Range ist ein bisschen nervig. Oh, jetzt ist Weih noch mit unten. Geil. Jetzt muss er hüpfen. Ja. Das war wer knapp geworden. Oh, schade. Nein, alter! Was denn? Hast du gesehen, wo ich hingesprungen bin? Ne, ich hab grad verzogen. Vorsicht, da ist er bei. Hallo Weih. Hallo Weih. Hallo Weih. Ich bin einfach den ganzen Weg, den er gesprungen ist, mitgesprungen und stand an unserem Tower. Ich hab grad jetzt ein Hyping, gut. Oh nein, jetzt. Schon hab ich Hyping schon treffend. Nice. Nice. Da nicer, nicer. Was, Säule. Hallo Weih. Es geht. Es geht. Es geht. Erstmal weg. Erstmal weg. Ey, was ist denn da? Scharf. Danke. Ohhhh, war der knapp. Wieso, ich hab getroffen. Na, mein ich ja. Na, war knapp. Hey, ich hab doch getroffen. Ja, es war aber knapp. Was war denn knapp? Dass er fast ein ausgewichen ist. Erste Sekunde. Ich mein, das war knapp. War einer von euch runterkommen? Nee? Na, wir sind ja schon ungekommen. Wir haben ja gerade gegen zwei. Ja, sonst... Wie die jetzt, weißt du? Ich hab da kein Bock mehr vor. Nee, weil das wird nicht. Ich hab... Sechs fahren. Sechs fahren? Ich hab neun. Uh. Ich hab ganze acht. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Jetzt hast du auch neun, oder? Was denkst du, warum ich so wie ein bekloppt Speere spamme? Einfach... Einfach... Einfach fein geflasht. Ja. Guck mal, ohne Mana kosten kann man ähm... Ähm... Äh, Quatsch. Nie da tatsächlich supporten. Hm. Jo, GG. Danke. He. He. Du kannst dich auch healen, nur ne Ende gell. Ja. He. He. Na, du kannst dich auch healen, nur ne Ende gell. Ja. He. Alter. ich dachte sie springt einfach so halt da rein ja das hab ich eigentlich auch so oh ich hab schon gedacht das war's first blood aber es gab schon noch die ich hab mich nicht mitbekommen ich war mal nicht first blood alter wir waren in den letzten drei runden first blood siehst du mein supporter hat sie drauf dicht ja da kommen wir kommen und das spiel außerdem kommen sie nicht so wichtig man kriegt fünffaches gold ich bin ja dort wird nicht ich bin wo ich ihn fortfohlen da bin ich mal den einen oder anderen hier übrig doch zufällig schon kostet mich so viel mann aber weißt du so viel kann ich auch nicht hoch das ist unsichtbar ja und soll der Tower Diamond oder was Nooo Blöder Flash Läuft bei LeBlanc und ist hier nicht auf der Top LeBlanc Ey du blöde Kuh Gott Job Alter Das war jetzt nicht nur für unsere Lane Nee Ist auch nicht nur für die Toplane gewesen Hier, der Tech-Speed-Burf Nice Warte ich geb mir auch noch einen Oh weg hier Ich hätte meinen Uldein verziehen müssen Scheiße Oha Weiß wieder da Hallo Weiß Oh no Hallo Weiß Hallo Weiß Hallo Weiß Hallo Weiß Ja ihr geht's ganz gut hab ich so das Gefühl Ja aber mir nicht weißt du Bin ich nicht okay Nee Weißt du ich frag sie wie's dir geht Weißt du und sie sie haupt mir einfach eine rein Das sagt Nee Die kann ja auch mal fragen wie's mir geht Nein ich wollte dir aber lieber eine reinhauen Weißt du ich bin so ganz höflich und frag wie's dir geht aber nein Nein Die steht dann lieber darauf Ja reinhauen Was dann schlägt steht auch Schläge Ich hab's gemerkt Ja ist auch so Ach komm hau ab KZ Ich mag keiner Weil auch nicht mehr So jetzt mach ich ein bisschen damage Jetzt erst Jo Ja jetzt erst Ey komm Ja lach halt ist okay Ist okay Ist okay Ich hoffe es freut euch dass ihr da Späde abkriegt Ach man Ist ist immer so arschknapp Die Leblanc hat wirklich was drauf wenn sie nicht unterm Tau gestorben werden Dann würde ich sagen sie hat wirklich was drauf Guck mal ich bin doch nicht mal ein Zentimeter reingekommen und die sind schon fast low live Gut Job Leute das war ein guter Bait Sehr guter Bait Den Trade habt ihr ganz klar gewonnen Ja Ja Auf jeden Fall Gut dass ihr mich gebetet habt Und dafür beide Wer weg springt Äh Wow Ihre Reaktionen sind ziemlich gut Nicht Geil Ich spring einfach die ganze Zeit durch die Kante weiter Wow geil man Wuuu Haha Ich sag ja deren ihre Baits sind echt OP Ich hab leider ein Laser nicht richtig gesehen ich hab ihn an der Seite gesehen Ich hab ihn leider auch nicht gesehen Ja ich hab ihn nur so ganz links zu Schleier So und sie halt nur so ganz ganz bis hin Ach man ein Zentimeter zu spät Was ein Zentimeter zu spät Was ein Zentimeter zu spät Ein Zentimeter zu spät Ja Zentimeter zu Zeitangaben Haha Okay Ich hab wieder was gelernt würd ich mal sagen Haha Komm ein Hit ein Hit Ja Ups Oh guck mal da ist ein Kassadin Hm der hat aber keine Lust mehr Alter Guck mal da ist ein No-Lifer Kassadin Äh ein Hot-Lifer Kassadin Renn Renn mein Freund renn I saved you Guck mal wie schnell ich bin Haha Das ist doch lecherlich Kannst du Ich kann sogar dauer springen gell Alle zwei Sekunden Na Nein alles eine eine Sekunde entschuldige Haha Leute Niemand Dann kommt Niederli Haha Haha Ja da wird sie vorher nochmal springen Voll geil Ja voll niedlich ne Ja Feier ich Ich auch Hm Pass auf Kassadin Ja ich sterbe wieder So auf GG Hey Jetzt kann es echt ja ein bisschen später Ja In der falschen Gestalt Ja In der falschen Gestalt Ich sollte das aber genau wie so auf der Midland Genau wie sowas Ich sollte übrigens nicht zu oft ähm Ja genau ich wollte das Äh spielen mit Nidalee Warum Sonst wird dann im Normal auch die Peile sein Sonst ähm Verlerne ich dann für Normal die Speere zu werfen Ja Wir werden umsingelt Geh Geh Niemand kriegt mich Ich bin schnell Na Ach Dann machst du doch alles Nein rennen rennen doch rennen nein oh man Hä wieso wurde ich terminiert Mit zwei kill Was sind die deutsche Mit blauen kommt jetzt oder was Ich wollte Kassadin aber noch töten dafür dass er ähm hier so übermütig war Das war ein wirklich guter Job von äh Job mit blauen Gut Job ganz ehrlich Der 1 gehen sie ist okay Das wird weg versuchen Verlass es lieber Die beiden trotzdem gesehen Schon keine Lust Los das alles mit Fallen ausstatten Guter Trade Ich habe Dezent viel Schaden gekriegt dafür hat Kassadin Der Kassadin Kassix Den ganzen Arsch voll schaden gekriegt Alter Putze Laser Ich musste wieder Malfight spielen damit ich mehr spammen kann Also nicht mehr spammen sondern mehr brühen Warte mal komme ich aus dem äh äh drag pit hochgesprungen Wisch Ja Ja ne Bin schon so oft runter gesprungen aber Wollen wir tauern an? Äh wer hängt du oder ich? Ich Auf gehts Ja klau mir noch mein Fahrzeug Gebegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegege Er ist nicht gut Er ist nicht so gut Flup Laser Ja das seid ihr einfach fast niemand Thomas du hast most farm aus Team Ich hab noch keine Kills Ja das ist ja auch schon Naja egal Pass auf er weg Da sind Kassix Und noch eine Das ist noch ne weiche Ja gg weißt du Ja gg weißt du Hallo Thomas Hallo Christian Guck mal die geht auf unsere lane hallo Ah unsere lane Attacke Schaffst du das in nem Tower so ein bisschen alleine Ja hier oben war grad so ein Kassadin unterwegs Ich sorge für Vision Wann hast du da Wie viele Fallen hast du dahin gespammt? Wie viele Fallen hast du dahin gespammt? Im Moment sind sieben Alter Du hast einfach ne Blockade hingepackt Und er ist vorbei gesprungen Naja weil eine Falle hätte ihn wahrscheinlich umgebracht Und wenn nicht wär ich nachher gesprungen und hätte ihn umgebracht Ja das stimmt Ja schön Oh ich hab okay Ja das stimmt Wohu Hey man Du solltest safen Und nicht sterben Ich wurde gebaitet Ja 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 Alles klar Alles klar Gut den Ring Kann ich mal direkt verkaufen Weil Mannereck brauche ich nicht ganz so viel Hab ich gehört? Wow die hast mal angesprungen kommen Nein ich will nicht der Seite Sondern das Dankeschön Ich hätte einfach eine Falle hinsetzen können Ich bin da für witzig Ich hätte einfach eine Falle hinsetzen können Ich bin da für witzig Ich bin da für witzig Ich bin da für witzig Ja ich auch Hilfe Gut Geradeaus sind die Kamera fixiert Ich bin da für witzig 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 Oder wir sehen euch Ich weiß ja nicht ob ihr das wisst Aber wir sehen euch Super Ich bin da für witzig Ich bin da für witzig Ich bin da für witzig Hallo Ich bin da für witzig Ich bin da für witzig Aber wir sehen euch geout kombat ja ist so hey leute wie sind deine straßensperre ach ja stimmt die respawn ja mit der zeit ja guck mal an die base bei uns ja botlane ja ich möchte jetzt nicht sagen läuft bei dir aber es läuft bei dir also den set habe ich auch schon mal besser gesehen nachher zum glück brauche ich gar kein deal um mich voll zu geben ich hätte rote wäge von so nicht in meinem fall gefällt mir das aber zu spät ein rupsela laser gut mit uns accessvoll aber ein laser ja Was denn? Achso. Leute, hauptsache 2-0 den Drakes. Und Zed traut sich jetzt nicht mal in den Malzer. Doch. Ganz mit mal, Meister. Ganz ehrlich. Dafür fällt es ein Sobot aus. Jetzt geht's wieder Speere ins Gesicht. Nein! Doch. Ganz knapp. Das war very knapp, würde ich mal sagen. Bist du jetzt unter die... keine Ahnung was gegangen? Oh, nee, ne? Worte ja auch, jo. Also, ich bin da ja schon ganz lustig. Oh, jetzt machen wir mal. Ich bin nur freig, jo. Ja, ne Sprense. Ja, nischt. Alter, ist gerade ein Pilz vorbeigelaufen, Erik. Hm? Wir haben jetzt alles mit Fallen zu, wie Erik ist mit Pilzen zu spammt. Hinter dich doch keiner dran. Auf geht's! Schnapp ihn dir los! Los, Valor! Attacke! Wo kommt der ganze damit her? Ist Kassiks gefeiert? Nein, gar nicht. Zum Glück. Sonst hätte ich jetzt echt ein Problem gehabt. Schade. Da haben wir wieder ein Layser. Ja, Kassiks hat sich auf den anderen Lays hochgepielt. Ich falle mal auf der Top-Lay, weil er tatsächlich überhaupt nichts kann. Alter. Ich gehe da leblanc. Ich gehe... What? Lässt sie sich töten? Nein, alter. Gut. Doch, sie lässt sich töten. Hä, ich gebe doch nicht auf. Nicht in so einem Spiel, alter. Er wollte das in HS-Ablacar. Einer von denen, die unbedingt mit auf die Top-Lane wollten. Und dann die ganze Zeit Room waren. Also ich möchte ja nichts dazu sagen. Aber das ist schon ganz schön dumm. Oh nein, ich habe 900. Ich kann mir das Ding fertig kaufen. Okay. So, das hier fehlt jetzt noch. Ich werde das bestimmt. Ich? Ich werde nicht Voto. Scheißegal, was du Voto. Never surrender. Wow. Alter. Junge, der zieht mir einfach mal 900 live. 900 live. Alter. Ich will echt nicht spree. Ja, spree. Ich will Laser haben. Alter, wer hat ihn so gefiedert? Das ist nicht lustig. Meister H macht das auch. Keine Handlung. Der hat Tonnen of Damage in sieben Sekunden. Wenn das genau was bildet. Bei mir hat 7,39 gedauert. Bei dir? Äh, 7,54. Nein, ich war schneller tot. Verdammt. Mit Tonnen of Damage. Ja. GG. Gut, schade, dass es den nur einmal im Jahr gibt zum Spielmode. Ja, das wäre schade. Ne, gut. Ich hoffe, es hat gefallen. War mal was anderes auf meinem Kanal. Werden wahrscheinlich noch ein paar Videos kommen. Gehe ich mal davon aus. Okay. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Gut, okay. Dann, ciao.